ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist montag der 23 januar mein name ist carlos martin zu hören uns live aus den traders app trading auf wir bereiten uns auf unserem morgendlichen dax trade vor für unser video tagebuch und wir platzieren die erste order bei 15.100 werden das aufmerksam verfolgt 15.107 long und 15.092 short wenn der markt hier in die falle rein läuft das aktivieren wir wohin geht dann die reise wir haben die 46 heute als unterstützung und wir haben den daily pivot auch hier als heutige zielmarke für diese big number ja wo wird die vola box reinkommen auch das schauen wir uns gleich einmal an vola box wert reinkommen voraussichtlich bei 15.229 das heißt ein tippchen höher nämlich fast 200 punkte 180 punkte also da bin mir gespannt wohin der markt läuft wir sind short im ersten trade und wie immer aus traditionen erste trade ist immer ein geringer setup erste trade short jetzt wird bei 15.107 multipliziert ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Minuten noch Letzte Minute läuft Kunden 9, 8, 7, 5 Und los geht's 9 Uhr Und short in the ersten trade 15.100 hat ich die Big Name Und wir sind raus Das war der Eröffnungs-Trade für unser Video-Tagebuch Und wir platzieren die Big Number gleich wieder Verabschiede mich aber bei den YouTuberern Das war der Eröffnung-Trade Das war der Eröffnung-Trade für unser Video-Tagebuch